Heyo, was geht Leute? Nochmal ein kleines Röndchen Counter-Strike 2 mit dem guten The Sea. Wir hatten noch ein bisschen Bock auf Fallereien und wir hoffen natürlich ihr auch. Und dementsprechend wisst ihr ja abonnieren, liken, gern gesehen und ab rein dafür. So, sind sie bereit? Ich bin bereit. Bereit geboren. Jawohl. So, Runde Wingman hast du gesagt? Auf jeden, alles andere ist ja nur Schund. Ja, probieren wir. Was gibt es denn? Overpass, Vertigo, ah, entfernen. Das ist völlig nicht beschrieben. Ja, ja, wenn der Pushkin in der Eimer eine fast Nullerrunde geschafft hatte, das werde ich auch nie vergessen und denke mir so. Ah, warum muss Vertigo sein am Anfang? Kannst du hier einfach mit Lake starten? Äh, kein Death. Also ich glaube, er hat irgendwie in der achten Runde oder so dann einen Tod bekommen. Okay. Okay, so, wie fokussiert ihr das Spiel hier? Ich hab's, äh, bei Meleta noch kurz. Die Map. Aber es ist doch eh erstmal wahrscheinlich aufwärmen, oder? Ja, es ist erstmal aufwärmen, natürlich, ja. Natürlich. Ich hab's schon immer schon so lustig geslidet. Sliden. Natürlich, da ist die in die Arme. Kann ich mir nicht mehr leisten, nirgertig. Oh, ich bin tot. Ah, das läuft ja schon wieder richtig gut hier. Ich bin schon wieder tot. Ah, wenn ich schon... Verstecken. Okay, Schüsse kommen ein bisschen verzögert noch vom Ton. Schon keinen Bock mehr. Ah, die spielen auf jeden Fall mit Ava. Ich wollte grad sagen. Achso, ich spiel mit Ava. Nee, tu ich nicht. Äh, was, kauft man hier irgendwas? Ich weiß das nicht. Granade. Äh, ich habe sie gern. So, immer hier oben lang. Keine Ahnung, was gut ist. Okay, bei mir ist mein Sound ein bisschen verzögert, aber... Das ist für Zukunftsurlaub ein Problem. Okay. Mhm. Ist ärgerlich. Ah, gibt Schlimmeres. Ja, ich wollte... Ja, ich wollte gerade die Einstellung nochmal checken. Das war ein Fehler. Okay. Ähm... Es tut mir leid. So. Äh... Wird nicht mal nie so spannend. Come on, come on, let's go! So, ich glaube, jetzt ist gut. Ja, jetzt ist gut. Wir sind da laut. Sorry, sorry. Bin gleich am Start. Noch ein paar... So. Vorwarnschluss abgeben. Schreckschuss nennt man das. So, ich guck mal hinter uns. Guck mal hinter uns. Es sieht so schlimm aus, wenn man auf den Boden guckt, ne? Die Beine sind so verzerrt. Aua. Wurde von der Flash abgeworfen. Ich hab die ins Gesicht bekommen. Oh, da oben hockt da einer. Nein, Schaden bekommen. Die Tune wieder gut los. Aha, ein Kill. Ich kann mir was leisten. Brauchst du was? AK? Oder Galil? Äußerst Not. Äh... Kann ich mir zwei kaufen? Ne. Sorry. Bei erst zu groß erzählen? I have no money. So. Die war vorher. Furchtlose Anführer. Na, Mann. Sneaky. Sneaky. Oh, wow. Der hat ne Arbe. Cool. Hol dir meine Waffe. Ja, die ist leider da weggeschleudert worden. Daneben. Daneben. Ja, das hilft dir aber auch nicht so viel. Ich glaube, der kann ihn irgendwo schlecht durchziehen. Ja, wenn der da oben natürlich durchgucken kann, schlecht für mich. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Echt, ich habe nichts gesehen. Ich glaube, er ist gerade runtergesprungen, als du da lang bist. Ah, gestickt. Was waren es? 73. Ich glaube ja, tatsächlich, die machen sich ein bisschen lustig über uns. Oh, gut. Wir kriegen auch nichts geschissen. Ja, noch nicht. So, Sparrunde hier machen. Genau, ich bin in AK. Seid diegelklick hier. So, lass mal unten lang gehen. Okay. Alles wird anders dieses Mal. Eben auch schon gemacht und da die Header kassiert? Nee, ich bin bisher immer unten. Hier ist es der Weg, ja, okay. Äh, bisher oben immer. Okay, da kam eine Fire. Ruhig, ruhig. Bin nicht zum Pferd. Ey. Okay, ich glaube, da hinten in der Ecke. Kommt hier aber auch irgendwie blöd auf den Spot. Naja, es ist definitiv eine CT. Die schmeißen Sachen herunter. Das finde ich frech. Au. Ja, war gar nicht mal so gut. Cool. Ach, kann man das vielleicht macht immer wieder Spaß. Ein schönes Spiel. Cooles Spiel. Ganz, ganz toll. Aber jetzt weißt du, wie sich das... Ja, richtig gut. Sah nicht. Wie sich das anfühlt, wenn ich mit dir Golf spielen müssen. So, hast du... Geh du mal vor. Ja, jetzt hier mit Hass, Alter. Alter Hass. Jetzt hier außen rum. Aufpassen. Weiß auch nicht, wo sie sind. Au. Okay, au. Ah, okay. Der hockt da genau hinter dem Ventilatoren. Das war natürlich schlecht. Ja, auch No-Score wäre easy. Gar kein Problem für ihn. Ist halt ein Könner. Bist du ein Macher oder bist du ein... Äh... Werd bin ich. Ein Macher oder ein Lacher? Wenn ich mir den Score so angucke, habe ich eine klare Antwort. Wir sind nur mal ein bisschen daddeln, ein paar Runden und schon kriegt man wieder nur aufs Maul. Ein bisschen Streckschuss. Achtung. Smoke. Sollen sie doch smoken. Noch mehr Smoke. Sollen sie doch blenden. Blender. Alles Blender. Blender. Gut, hier wurde ich weggegnaedet. Nein. Ha! Stück Scheiße. Wow. Scheiße, ich wollte noch ein B-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G-A-G. So, Urlaub, jetzt mal wird es Zeit für deinen ersten Kill. Ja, ich habe ja hier schon so viele. So, hast du irgendwas gesagt? Weißt du, wenn wir natürlich besser mit Granaten werfen würden, dann wäre das alles ein bisschen sinnvoll. Okay, das hat er noch nicht angenommen. Einfach hier... Ja. Okay, das überlebe ich nicht. Das ist schlecht. Eindeutig unsere Skillklasse. Eindeutig. Mhm. Wir wissen genau, wie sie die Granaten zu schmeißen haben. So. Wow. Aber ich komme auch noch gar nicht rein. Was? Ja, ich weiß, man glaubt es kaum. Ja, ich denke mir die ganze Zeit was anderes. So. Jetzt mit ganz viel Liebe und Hass. Na, wat nu? Hassliebe. Du gehst so um, ich unten. Okay, 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 okay. Weißt du, mal was anderes. Okay, okay, okay. Okay. Damit werden sie niemals rechnen. Ja, ich denke auch. Okay. Hier smoken sie auf jeden Fall wieder fleißig. Und feuern ganz viel. Ich bin ein geduldiger Hund. Ich pushe mal weiter vor hier oben. Ja. Ja, von hinten. Geht Messer doch noch. Ah, Drecksau. Nein. Ach, jetzt hätten sie gewusst, wo ich bin. Tja, das war bei mir auch sehr professionell, dass immer wussten, wo sie lang gehen müssen. Also kann ja sein, dass sie einfach gut sind, aber verstehe ich immer nicht, warum wir dann mit denen gematcht werden. Also, die sind diejenigen, die sind besser als wir. Ich schick das halt nicht. Das macht denen ja auch. Also, wenn die ordentlich spielen, weiß ich natürlich nicht. Dann macht denen das ja auch keinen Spaß. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dem macht das Spaß. Echt? Mir würde es keinen Spaß machen. Nee. Aber das wäre so ein typisches Pushkin-Ding, glaube ich. Ich glaube, der hat daran Spaß. Einfach nur zu vernichten. Bei mir ist keiner. Hier ist ein Beil. Wir treffen beide nichts. Einer weg. Sehr gut. Wollte gerade sagen, ich lenke ab und du holst sie. Oh, ich bin schon wieder. Wie, darfst du dich nicht noch treffen? Ja, nicht mehr viel. Nicht mehr viel ist aber auch. Oh, ich habe mich erschrocken. 88 habe ich ihm abgezogen. Ah, ich hätte wirklich nur treffen müssen. Ja. So, jetzt noch eine Runde mit ordentlichen Gegnern. Und keine Opfern. Ja, weiter hier. Muss man selber benden, oder? Wie läuft das jetzt hier? Abstimmung starten. Also, wenn man das Cape rückt, gibt es Abstimmungen starten, oder? Jetzt passiert hier mal was. Ah. Verstehe ich halt auch nicht. Warum kann man sich ein Menü dann einbinden? Von wegen, neue Runde? Counter-Strike ist alles beschissen geworden, ey. Ja. So nicht. Früher war alles besser. Ja. So will ich die Map jetzt da haben. Also, ich bin ja alle angewählt, aber. Ich wünsche, wollte ich gerade sagen, Vertigo nicht. Aber machen wir. Da sind wir jetzt warm gespielt. Ja. Kennen wir jetzt die Map. Jetzt noch mal gegen die Affenkäppe spielen. Hier sind ein ey. Ich spiele nur vier Leute, Counter-Strike. Ja, anscheinend. Hä? Sehe ich da? Hä, wieso werden da drei Icons immer gezeigt? Ne, es sind zwei. Das war ja komisch. Ja, ich hab's auch kurz gesehen. So, ist der noch Warm-Up? Also, ist egal, was man sich wo ist. Rauf, 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 rauf. Kein Warm-Up mehr, ist gleich vorbei. Piep, piep. Jetzt vermisst du schon wieder einen falschen Eindruck. Jetzt wissen sie, wir sind gut. Mhm. Und jetzt spielen die gut. Und dann sind wir wieder schlecht. Oh, scheiß Matchmaking. Ja. Alles rigged. Und dann spielen wir gegen die Guten. Ach, die cheaten doch. Nur Hella verteilen sie. Ich weiß gar nicht, ob ich in Hella überhaupt war. Ich hab mir überhaupt gehalten. Ah. Keine Ahnung, zwei Gegner hier. Immer weiterlaufen. Immer weiter. Ich hab's getroffen, man weiß es manchmal nicht. Meine Fresse, ey. Wie viele Gegner jetzt halten die denn aus? Ich dachte, man muss zweimal treffen, aber anscheinend nicht. Links, rechts? Links, beide links. Und einer low. Das hab ich schon mal gehört. Ja, der lowe. Ich dachte immer low. 75. Der andere. Juhu. Hat Lavaster. Ich hab die beide angeknuspert. Ach, deswegen haben die so viel ausgehalten. Die seh'n aber alle gleich aus. Knusper, knusper, knusper. Ich hab mich gewundert. Ich hab die so oft getroffen. Aber gut, das war leider nicht derselbe. Aber hey, ich hab zumindest auch einen erwischt. Sehr gut. Unser Vorstoß ist ein bisschen ins Rollen, ins Stocken gekommen hier. Ins Rollen. Ja, komm mal richtig ins Rollen jetzt. Niemand mit ihren Scheißgranaten aufhören? Als ob. Jawollo, würd ich sagen, wa? Mhm. Jawoll. Wir verteilen ja nur Header. Also ich mein, wir sind schon scheiße in Counter-Strike, aber so geht's nun? Damit hab ich nicht gerechnet. Nee. Das liegt auch einfach an der Runde. Die ist einfach auch scheiße. Lass mal unten lang gehen. Fass, Hendrik. Fass. Naja. So, wartet man jetzt, oder? Stürmt man jetzt? Wie ich's mache, mach ich's immer falsch. Ja, das ist es, ja. Die gehen jetzt einfach gemeinsam hier hoch. Gegen zwei auf einmal können sie nix machen. Eben. Nein! Außer, außer das. So, jetzt musst du fassen. Ich muss mal abladen. Unglücklich. Ich seh nichts. Ich muss sagen. Bin doch ein Instinktspieler, ich brauch nichts sehen. Kommt ja, ich feiglinge. Oh, heilige Mutter Gottes. Da hab ich mich erschrocken. Da hab ich mich erwarten. Schlimmer als jedes Horror-Game. So, nicht zu null. Das wär ja zumindest schon mal ein Anfang. Ja. Ja. Und dann auf einmal auf den Müllcontainer da hüpft. Ja, ich wusste ich auch nicht, dass das geht. Wie so ein Frosch. Ein Zombie-Frosch. Da ist nämlich auch mal hier die SG-Hendrix-Waffe. Yeah. Schmutz. Nee, ist es nicht. Ich hab ihn, glaub ich, getroffen, aber... Glaubst du? Ah, gegen Hedy kann ich nichts machen. Ah, das ist leider richtig. Was machst du jetzt, ist die Frage. Ja, warte, bis dieser Scheiß rauchweck ist. Ich seh hier nix. Anni, mach Wüster-Schmutz. Er war doch direkt vor dir. Ja, gut, das hat er sich auch gemacht. Und warum müssen wir auch immer als Terroristen anfangen? Das wird sein. Die werden nicht schon wieder hier lang. Die werden nur wieder aufs... Ah, nee, ist dann. Da bin ich tot. Ich seh hier nichts. War schön, dass wir beide nachladen mussten. Das Spiel macht so viel Spaß. Ja, das ist ja der Sinn. Wenn man noch Granaten schweißen würde, würde man sich ja weiterkommen. Ich hab keinen Bock drauf. Das Spiel macht so viel Spaß. Ich bin hier. Komm, 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 let's go. Ich bin hier. So. Da ist einer. Ich hab ihn gesehen bei den Mülltonnen. Sehr schön. So, jetzt bin ich auf der Mülltonne, auf dem High-Ground. Ich hör ihn. Boah, Junge! Bestes Spiel ever. Easy, 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 easy. Ja, da hab ich einmal eine Granate benutzt. Wie gesagt, ich doch, wenn wir die Granaten öfter benutzen würden, dann ist das einfacher. Let's go, let's go! So. Drieber geht nicht hier lang. Das ist ja die einzige... Okay. Das heißt, ich kann dir, wenn ich gut bin, da oben hinwerfen, ne? Wenn du gut bist, ja. Da wieder einer. Hab mich wieder geholt. Nee, ich bin nicht gut. Ja! Die ist kalt. Bist du tot? Natürlich. Warum frag ich? Gut, ich hab die Bombe. So, wo ist er? Ich hab ihn gesehen. Da hat er sich bewegt. Ist ne Flash. Ach, meinst du? Wo ist denn hier die fünf? Fünf. Na? Shit! So geht auch noch filmen hier. Jawohl, easy! Was, ich kann mich nicht mehr bewegen? Ach so, war die Runde vorbei. Ja, die Runde vorbei. Wow. Die zweiten Mixer jetzt. Ich hab mich noch nie so gut gefühlt. Sehr schön gefühlt. Oh Gott. Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Äh, wirklich. Äh. Ah. Geht's denn hier lang? Ganz andere Perspektiven, so, ne? Ja, ne? So, wir konnten ja letztens mal nie so lange spielen, wie auf der Seite. Klingt wie bei mir. Ja. Oh! Ich skilat. Ah, nein! Er skilat. Was? Ich sag ja, ist ne reine Verteidigerrunde. Sie hat nie eine Chance. Na, wo gehst du hin? Äh, hier, ich geh rechts nach oben. Okay. Will ich mit meinem Leben die Seite halten? Leben. Ich will doch nur leben. Kommt da. Noch niemand? Traat euch, traat euch. Mhm. Angst. Ich hab Geduld. Potter? Die haben echt Angst. Ja, du dankst. Was? Äh, wurde gerade im Chat geschrieben. Ich bin gerade etwas verwirrt. Oh, Gottes Willen. Hab er getroffen. Äh, sind wir eingekirrt? Wow. Ja? Zeitgleich quasi hat er schon mit dir. Oder ne? Äh? Ich bin verwirrt. Gar nichts. Ich hab nur einen Kill oben rechts gesehen. Wir waren beide bei dir. Also, ich hab niemanden gesehen. Ich hab nur einen gekillt. Okay, komisch. Hm. Oder ist der RFK? Ja, aber dann ist er ja nicht einfach tot. Dann wär die Runde ausgelaufen. Hm. Ja, stimmt. Bei mir Granate geschmissen. Beide oder einer? Fucking Loser. Hab nur einen gesehen. Granate ist bei mir. Äh, Bombe ist bei mir. Vielleicht ist der RFK. Ne, hier wird noch Granate geschmissen. Also, du warst das. Ne. Dann lebt der andere noch. Er ist hier. Mann, ich hab ja nichts getroffen. Du hast noch mal eine L4 rechts. Ja. Aber ich mag die lieber. Wenn ich auf Empfehlung, ist die einfach genauer. Äh. So oft hab ich ihn getroffen? Ach, ich verstehe das Spiel nicht mehr. Ich hab irgendwas gedrückt. Ich hab's gepinkt, ja. Ah. Komm, 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 jump, jump. Ich hab was gehört. Okay. Ja, bei dir. Hm. Beide, 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 beide. Oh, Herr. Die haben gepusht. So was kassiert, mein Lieber. Ich wollt grad sagen, er ist tot. Er weiß es nur noch nicht. Hm. Links, glaub ich. Aber kann mich auch hören. Er war da oben. Ne, du hast recht. Granate. Ja, die Bombe. Sag ich immer Granate. Du hast nur noch hingekommen. Aber, aber netter Fake. Also, die Bombe zu werfen, als, äh, quasi antäuschen. Na ja. Du hast kurz hinterher geguckt. Ja. Ich glaub, er wollte aber einen Schuss oder sowas provozieren. Trottel. Hm. Ich mein, dann soll er aber auch direkt hinterher kommen. Ja. Weil der passiert ja nicht. Idiot, ey. Fucking Loser. Klingt wie bei dir. Ja. Fuck. Ah. Na ja. Schade. Sehr, sehr schade. Ah. Rvp. Hm. Na ja, ich bleib bei dem Guten. So, hier kommt auf jeden Fall schon Sachen geflogen. Shit. Aber ich hab ihn gut getroffen, glaube ich. Na, ist ja nicht so wichtig hier auf der Haube. Pff. Nicht unten kommen, bitte. Das wär unfair. Das einer von hinten kommt, rastet ich natürlich auch raus. Sagen, die brauchen ja zu lange. Ja, ne? Da fliegt was. Noch mehr. Wollt es nur. Die haben Angst. Da haben wir schon nach hinten. War dabei. Ja, da ist er. Nein. Nein. Hättest du haben können. Ja. Schwer, aber hätte man kriegen können, ja. So, wieder ein bisschen Farmer-Section. Möwe weg, Möwe weg. Irgendwie, okay. Ja, der ist irgendwie durchgekommen, aber einer war bei mir. Ich weiß nicht, wer das geschafft hat. Ich hab dich gesehen. Shit. Ah, aber hey, sechs noch rausgeholt. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Ach, wir müssen einmal gewinnen. Ja, gut. Das kann dauern. Hm. Oder wir werden so lange schlecht eingerankt, bis wir dann halt einmal gewonnen haben. Ja. Hey, wieso ist man jetzt noch richtig ins Haupt-Beneutige hier aus dem Lobby rausgeflogen? Ey, so wirklich. Ja, wie gesagt, warum man nicht einfach da so einen kurzen, äh, ich weiß gar nicht, ob das bei Valorant so ist, dass man da direkt auf nächste Runde machen kann. Ja, wenn du aus dem Spiel rauskriegst, geht es fast sofort weiter, wenn du willst, ja. Wie gesagt, ich verstehe es halt nicht, warum man das nicht so auch bei jedem Shooter-Spiel machen kann. Ja, das sind immer so Fragen. Ja. Uh, guter alte Nuke. Ja, ich habe mal Vertigo rausgenommen. Guter Mann. Ach ja, da kommen Erinnerungen an das Beef hoch. Hehehe, stimmt. Also, das hat mich echt fertig gemacht, die Runde. Das hat dich gebrochen, ja. Mhm, aber dich ja auch. Mit? Gebrochen? Ja, also, dass ein Pushkin dich da so niedermachen konnte. Ja, weil ich da ein komisches Setup benutzen musste. Ja, ja, jetzt hat er eins mitbringen können. Ich bin richtig klargekommen. Dir stand das offen. Wie soll ich das machen? Mein Tisch und mein Rechner an alles mitnehmen. Ja. Ich meine, den ersten Schritt hast du gemacht und bist jetzt zu mir in die Gegend gezogen. Let's go. Dann muss man halt sagen, ja, okay, dann fahren wir halt mal kurz rüber. Ja. Unten. Ja, ist richtig. Der hat doch gefressen wie Scheiße. Hä? Ich dachte auch. Aber die erste Runde zählt ja nicht. Wollen wir uns aufteilen? Ja. Ich aim die Tür rechts ab. Dann mache ich Mitte. Oh, ja. Scheiße. Hat der nicht kassiert? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wo man das sieht. Ich dachte halt. Ah. Okay, alles klar. Aber ich habe ihn getroffen. Na, stimmt. Sehe ich. Laka, 907. Ist ja auch ein krasser Dude. Na. Okay, ich gucke jetzt auch mit auf die Tür. Dann gucke ich oben, oben. Einer ist weg. Der andere ist hinten rechts. Ich gucke durch die Mitteltür. Ich glaube, der wartet, dass ich nochmal pieke. Ja, der ist immer noch da unten rechts. Na, er hat den neuen Schach. Beziehungsweise. Dann gucke ich mal oben durchs Fenster. Vielleicht versucht er dich zum Rennen. Ne, er ist immer noch da. Stimmt. Sehr schön. Tja. Ganz genau. Uh. Schöne Ding. Äh, Strategie weiterfahren. Ja. Einer weg. Na. Der andere ist auch da oben, oder? Der war oben. Oben, ja. In dem Bunkerraum. Klingt sehr arben, piegig. Ja, das ist auch. Ah, wirst du push, Mann. Okay. Wahrscheinlich unten. Kann sein, dass er sich jetzt die Waffe von seinem Kumpel holt. Ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. Mhm. Die Schmutzkräfte, das Ding! Hä? Was ist denn das mit Spraypattern da? Vor allem, du hättest einfach so schön entspannt machen können. Naja. Also, kann ich mir nochmal eine... Was soll ich gucken? Nee, kann ich mir nichts nicht leisten. Also, bei Valorant hätte ich die getroffen. Naja, was soll ich sagen, das spiele ich halt häufiger. Ah. Ja. Ist ja kompletter Schrott. Mist. Beide stehen da hinten, in der Mitteltür. Easy. Ja, sicherlich. Jetzt wird es lächerlich langsam. Also, Leute. Schöne. Ähm. Shotgun. Schöne. Schöne. Ei, it's up. Der andere ist bei der Tür unten? ja schönes ding der andere komponenten wir haben welche nachladen? red der mal hin denkt wie hier oben noch ein stück ja da ist er aber geht noch klar schön einfach mal schön schrotze regelt im zweifel ja dann versuche ich wieder mit als ob die kommen halt zeitleicht dann immer ach ach hast du sogar noch eine molly in der hinterhand oder hast du die gesnackt? ja ich habe irgendwo aufgesammelt ich kaufe mir so einen Quatsch nicht vielen Dank für die Awe liebe Freunde siehst du wieder da unten? ja Mitteltür wurde zumindest geöffnet schön so nämlich 4-4 bleibt spannend ja mein Gott die muss man sich immer so schwer verdienen der ist so teuer komischerweise trifft man, killt man damit so gut komischerweise für etwas teures so achso ok sie scheinen oben zu sein ich wurde auf jeden fall getroffen er will mich er will mich wo bist du denn? ah ich habe ihn doch getroffen dein geplanter push ist leider nicht so ganz ja das hat irgendwie jemand gefehlt für den push ja das habe ich dann auch mitbekommen so bin bereit ich habe eine beförderung jederzeit ich pushe die überall hin ich pushe mal durch die Tür hier ok mit Hass ok oben wieder einer beide oben, beide oben, der eine auf dem Container er hat einen header bekommen ich habe es doch gehört er hat einen header bekommen ufff ja mit der waffe ist es halt er brauchst zwei header leider um eins zu treffen hm vielleicht sollten wir nicht beide stürmen nee das war ja nur solange wir Pistolen haben jetzt machen wir das nicht mehr ok jetzt musst du mal einen Plan entwickeln du gehst hier durch die Tür und ich gehe oben Sir, ja Sir doch jetzt schon ne ich habe nur die Tür geöffnet Ablenkung und so ich glaube über mir ist wieder einer ich sehe das muss sich niemanden ich habe keine Ahnung von dem als ob ey also meiner war halt oben aber tja tja Dinge sind passiert das habe ich jetzt nicht verstanden wie wir hier gestorben sind nope lass mich mal durch die hintere Tür links gehen ok dass du machst das mir egal ja Dankeschön Mann wie lange hält denn dieser Rauch siehst du irgendwo jemanden ja oben so über dir ein bisschen ey diese der hockt auf dem Kanister wieder ok oh Gott ja genau da wie sie sehen aus einem 4-4 ganz schnell eine 8-4 wow ja ja er löppt nicht was soll ich sagen meinst du mein Counter-Strike macht jedes mal wieder Spaß ja wenn das wenigstens fair wäre aber wir könnten ja nachher sowas wie Gung gingen aber ich glaube das machtest du immer nicht ne ja ja das ist doch sehr gut ich bin sehr stolz auf dich keine Ahnung wo jetzt der letzte wieder geblieben ist der wieder auf dem Container gegammelt wahrscheinlich hab ich ihn da jetzt nicht gesehen zumindest ne ist er auch nicht der ist hinten rechts da wo du immer warst da also du hast ihn zwar erschossen aber ich habe auch hingeballert hm oh fuck das war ne AWP ne ich hätte ihn mir holen sollen das wäre schön ich dachte erst das wäre die Billowding gewesen deswegen habe ich nur mir das Design angeguckt dieht aber schön aus ja so ungefähr jetzt pushen die mit der Schrotze ja der andere rockt wieder mit seiner Arbe da so ich würde nochmal ein kleines Päuschen machen mich erleichtern und dann bin ich auch frisch gesteckt gleich wieder am Stisse alles klar bis gleich kannst du gerne mal irgendwie ein Pre-Spiel oder so keine Ahnung irgendwas gucken was man als coole Modi so findet ja das habe ich noch nie verstanden wie das funktioniert aber okay bis gleich ja bis jetzt ja bis jetzt Vielen Dank. 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 Endlich mal. die gewonnen so zerrollen ja geht immer so schnell verdammt damit habe ich nicht gerechnet um zeigt euch ein bisschen spawn campen hier so einer bist du also ja die kommen ja nicht mehr raus da hinten ja weil wir jetzt krass sind die gründe weiß ich nicht ich sag nur wie es ist ja schon tot hier oben ich hab dich gerade laufen sehen m4 ja über das sie das schon mal gut brauchen nicht mehr lange ich sehe keinen sind die denn 80 gegeben fuck it ach jetzt bist du über mir ich habe sie alle nur angesnackt ja ja die jute es ist je kommt zeigt euch ich brauche ein paar kids oh ich falle zu weit runter so jetzt wird man hier gepusht ja anders funktioniert es ja nicht 80 9 im endeffekt geht es nur wer von uns beiden besser ist jetzt haben wir schon wieder einer weggenommen ach 91 gegeben wo kommst du denn der Kollege die hühner kommt mir entgegen ja hier sind ganz viele hühner warum auch immer fuck it boah du hast schon 14 wie hast denn das jetzt gemacht ja wie gesagt ich hab mal kurz ne gute runde aufgeräumt endlich mal wieder ein kill geholt wo war der fuck it boah 17 crazy dude ja 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 grad so wäre gut, aber wir sind ja auch mitten im Spiel eingestiegen, ne? Darfst du auch nicht verjessen. Ich glaube, die hatten nur 5 Kills mehr, oder was wir angefangen haben. Nee, nee, ich glaube nicht. Auf jeden Fall ein sehr krasses Bild, was der eine hatte mit Jesus und der Anime-Waifu da. Nee, da habe ich nicht drauf geachtet. Nee, ich glaube, das war der erste oder so. Also irgendwie wurde mir das unten gerade angezeigt bei der Dann geht das schon los. Gut, zack. Mir lädt er noch die Runde. Achso. So, wo ist denn der Ich wäre natürlich nicht gegen Chris spielen, obwohl eigentlich wäre das auch witzig. Bein krassesten Spiele überhaupt gegeneinander. Das stimmt natürlich. Ich sehe schon wieder keinen. Ich muss mich, ja, 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 gleichfalls und ich muss mich auch gerade kurz dran gewöhnen, seelisch und mental. Das ist halt, oder? Mhm. Aua. Okay, links kommen sie. Hä, wo sind die denn? Aua. Ach, hinten hat sich einer versteckt. Ja, ne? Schweine. So. Jetzt seid ihr dran. Das war schon wieder ein Huhn. Du klopp mit diesen Hühnern hier. So. Ah, scheiße mit Reis. Ach, ficken. Hä, wie, was? Ach, hinter uns, rechts, ganz viele. Ja, was? Das sind doch, Alter. Alter, hier ist ein Nest, ey. Hm. Oh, ist mich. Na ja, immer nein. Ach, komm schon. Wieder meine Standardroute. Ich bin tot. Und? Meine Standardroute ist keine gute Idee. Fuck it. Ich werde hier auf jeden Fall sehr, sehr viel fluchen. Nein. Warum? Na, immerhin. Leider schon 10, ey. Willst du mich verarschen? Mann. Hä? Wie? Das fragt mich auch gerade sehr oft. Ah. Fuck it. Aber es ist zumindest ein bisschen ausgeglichen als die Runde davor. Ja, das stimmt. Ach, komm schon. Nein, da war hinter mir. Warum? Ah, mit der Waffe komme ich gerade gar nicht klar. Ich habe den Heel nicht bekommen. Das ist schon wieder ein Skandal. Das ist schon wieder ein Skandal. Ach, shit. Wir fallen hier wie die Fliegen. Oh Mann, da hole ich keinen Kill und bin sofort tot. Was ist das denn für eine Waffe? Ein P9. Juhu. Mitspielen die Menschen. Mist. Mann, die fallen immer vor mir. Komm schon. Ich hole einen Kill und bin tot. Ich hole einen Kill und bin tot. Kenne ich. Was? Ach, das war noch ein Headdy. Geht doch. Hilfe. Hilfe. Hören Sie auf zu schießen, bitte. Das ist ein Maul, Junge. Das ist die richtige Einstellung. Kommt direkt vor mir hin. Yes. Noch einer hier. Killst die da hier. Was? Wer hat ihn geholt? Mist. Oh, das hat er uns geholt. Warte, warst du bei mir? Ja, ja. Ich hätte gesagt, da sind zwei weggesnackt. Ach so. Ich bin hinter dir. Aber was? Hab er da eine Ecke gegammelt? Da waren zwei. Bin jetzt über drei. Alter, kannst du mir aufhören, mir die ganzen wegzunehmen? Irgendwer messert hier jetzt. Ich wurde jetzt nicht gemessert. Das ging fix. Ein gutes Mittelfeld. Oh, aber ich bin oft gestorben. Ja, positive KD. Das ist das einzig Wichtige. Ach stimmt, ein. Positive KD. Ja, ja. Ein bisschen größere Map würde ich mir. Oh, nicht tief. Aber irgendwie gefühlt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist irgendwie so dieses typische CS-Ding. Es gibt nur zwei Maps. Oh. Ich möchte wieder Terrorist sein. Egal. Ich lasse den Zufall entscheiden, wie ich lande. Ach so. Neustart. Da habe ich gerade noch ein Blöck nicht stehen. Oh, okay. Wie jetzt gegeneinander? Ja, der Zufall hat entschieden. Ja, ja. Mist. Nein. Ich bin dritter. Ach, du bist erster. Ja, ich habe schon voll gute Kills geholt. Mann. Jetzt schwäche ich wieder. Oh nein, ich fahre runter. Das war schade. Ja, das kenne ich auch nur zu gut. Ach. Die alten Pusher. Carla nehme ich auch noch mit. Das ist mir nicht zu schade. Als ob er mir instant in die WP reinträgt. Weiß nicht, in welche Richtung ich gucken soll. Mann. Den habe ich nicht. Skandal. Das ist ja schießt doch einfach. Meine Waffe hat nicht gelassen. Ja, dafür kann ich ja nichts. Aber ich nehme es dankend an. Aber ich nehme es dankend an. Wie gesagt, ich nehme es dankend an. Ach, wie die Hühner auf der Stange hocken sah. Mann. Sind die alle. Als ob. Kriege ich den mal jetzt? Dankeschön. Was? Ach, da oben war es wahrscheinlich. Oh, 44 nur. Manchmal fühlt sich das alles im Fischen noch mehr an. Ich habe mich auf jeden Fall getroffen. Echt? Mhm. Ach so. Mist. Ich war zu fixiert. Ja, ja. Komm jetzt schon wieder aus dieser blöden Waffe nicht weg. Ja, ne? Ah, schönes Spiel. Wunderschön. Wann ist es langsam mit dieser Knarre, ey? Ach, da rockt noch einer. Zack. Weggeholzt. Endlich bin ich die Knarre los. Oh nein. Wen habe ich denn da aufhuchsen? Oh ja, das hat sich noch mehr angefühlt. Mann. Kann sein, ich habe mich da wohl geholt, oder? Boah, da sind es schon wieder so viele. Ach, du bist das. Hm? Ich? Hä? Ich war da auch. Ja? Habe ich nicht viel Geschiss bekommen. An diesem blöden Pi hier, ey. Komm nicht weg von dem Schmutz. Schmutz. Oh, drittletzter. 17 zu 7. Wow. Wir haben auch, wenn wir alle wegzusnacken, ja, einer. Jetzt. Jetzt wird zurückgesnackt. Oh, jetzt habe ich aber Eiskalchen gefressen. Oh, man. Oh Gott, da wollte ich von allen Seiten um mich kommen. Ich ballert, ey. Richtig so. Aua. Ach, komm schon. Hä? Ich kriege Schüsse ab. Keiner weiß irgendwo. So, nämlich. Ach, die sind ja überall, ey. Oh, ich wurde getasert. Oh, das ist schlecht. Ja, fand ich auch, weil ich jetzt wieder gedowngradet wurde. Stück Scheiße, ihr Böse. What the fuck? Wie viele Kills die schon haben? Ich dachte, ich bin so gut dabei. Dachte ich mir auch so oft. Ach, da oben hockt einer. Ach, Pottsau. Ich seh die auch teilweise nicht. Ne, das sowieso nicht. Ob die schon beim Messer sind? Mhm. Haltet die Stellung, Jungs. Der Messermann ist da. Lass dich doch mal rauskommen, die Affenköppel. Ne, ne, ist schon gut so. Ach. Oh, zwei schon mit Messer. Boah. Jetzt werden wir aber hier niedergemäht. Du renn richtig. Ja, also. Keine Chance. Oh, Mann. Wow. Aber krass. Tatsächlich haben wir sogar noch das Ding geholt. Wie? Hey, ich war in dem Team dabei. Hab zwar nicht so viel geschissen. Aber wenn man einfach auch guckt, ne, also, komplett blau alles oben und dann kommt ganz unten drei gelbe. Kein ja nix dafür. Ja, aber wer hat am Ende gewonnen? Ne, es ist kein Team mit Kaffel. Ne, doch schon so ein bisschen. Nein. Mal sehen, wie der über der Zufall mich hin verschlägt. Ich bin erster. Ich war erster. Ich bin erster. So, wo ist ein guter Spot? Da. Zack, schon mal einen Kill geholt. Zwei. Ach. Urlaub. Distanz, schwierig, ne? Sag ich dir, wie sie es... Naja, es kommt drauf an. Ach. Nein! Laufabschuh! Ja. Auch die Besten fallen irgendwann. Das ist leider richtig. Ach, shit. Hab ich nicht kommen sehen. Irgendwann kommt doch... Ach. Ich hab auf den anderen gezielt, aber der war noch nicht manifestiert. Das war ich. Treff ihn, bitte! Dankeschön. Hier wird schon wieder so viel geballert. Ach, bin hier aber still. Oh, shit. Oh, Gott. Schieße alle auf mich, ey. Drello, guck mich an. Hm, shit. All eyes on me? Naja. Oh, Gott. Ich bin da gebt, ich würde schon sagen. Zack. Ach, wer hat denn immer noch ne ABP? Wie langsam sind die denn? Ach, da gabbelst du rum. Was? Wer kam mit dir? Fuck. Nächste. Jetzt mal Ruhe im Puff. Ja, aber du warst das nicht. Ist doch egal. Ist ja ein Teamspiel. Jetzt auf einmal. Hast du gesagt. Ja, ja. Eine Rotzwaffe, ey. Kann ich nicht mehr an dich loswerden? Oh. Wer ist denn da schon wieder bei uns? Mann, scheiß Waffe. Lebt der immer noch bei uns? Doch, der hat immer noch gelebt. Hey, meine, jetzt hol die Affen. Jetzt scheint er tot zu sein. Ja, das ist top, Mann. Halt's Maul. Oh, das ist ganz schwierig für mich. Aber holt er natürlich. Urlaub, Urlaub. Urlaub, Urlaub. Was willst du denn jetzt von mir, du Affenkopf? Lammert schon, Alter. Komm her, wo ist Lammert schon? 67. Hä, wie kann das denn sein, dass der nicht früher kriegt? Das Maul, du Affenkopf. Ja, gut, mit dem MG einfach reinzustimmen ist nicht clever. Er hat kommt drauf an. Am Ende kommt das immer drauf an. Gib mir den da. Nein, ich wollte den anderen haben. Den habe ich schon angegriffen. Ich hänge. Scheiße. Ah, ich habe Lammert schon geholt. Fuck. Ja, Mittelfeld ist noch gut. Hä, wieso? Aha. Hä, wieso schießt er die Kinder nicht? Ich verstehe das nicht. Welche denn? Hä? Der Revolver. Oh, okay. Ach so, nee. Muss lange gedrückt halten, tatsächlich. Der braucht sehr lange. Dann habe ich mich bei beide geholt, erst mal. Das hat aber ein bisschen gedauert. Zwei. Ich habe die Kinder von Kohl. Mann, hör doch mal auf, Lammert schon, Alter. Mann. 84, oh, das ist sehr geil. Wie geht denn aus, ey? Shit. Ungünstige Situation gewesen. Der bin sie. ja das habe ich mir auch gerade gedacht man da war ein guter jetzt muss ich ganz schön rein scheiße mit reis kriegt man dafür nicht eigentlich diesen sound seid ihr affenkörper ach shit oh 79 ja da wurde mich messern aber nix aber drei schon mit messer hier unterwegs ich wurde gemessert aber nicht der finale kill tatsächlich ein glück unteres mittelfeld verdammt keine positive kd was denn da los ich war ein opferlamm aber die muss es auch geben und wieder hat das gelbe team gewonnen machen wir auch mal automatisch zu wesen ok ok mist so mit der sie gegen den rest der welt diesmal wirklich diesmal wirklich ich habe es gesehen mann als ob immer die russen sich hier sagen mal ach man der mit dem hessigen lama dass der so weit oben ist hätte ich nicht gedacht da oben hockt er wieder auf dem rohr ich wusste es ich verstehe das spree pattern der waffen noch nicht so ganz aber es wird schon ne da war ich auch verlorene posten in der mitte das halte ich für keine gute idee ach schon wieder auf dem rohr man leute kommt doch mal runter hast auch keine chance ja ja entschieden habe ich mir geschossen ja gleichfalls lammert schon wieder oder man lasst mir lammert schon jetzt sterb ich hinten noch er ist tot lad die scheiß nach lad kacke brauchst du ewig ja wenn du nachladen musst hast du verloren lammert schon lammert schon treib mal noch von dem heute ey du auf jeden fall kacke kackboot da habe ich mir noch einen geschossen da habe ich mir noch einen geschossen lammert schon kackboot 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 knapp das verfickte lammert jedes mal 80 vor allem wenn ich dann sehe vier treffer beide Ich hab's doch noch die SSG. Oh, Lander-Schuhe, da guckst du blöd, wa? Wow. Yes. Hm, Lama-Chun, ey. Hm. Deine Mutter macht Lama-Chun. Lama-Chun ist hier ein krasses Vieh, ey. Da ums keiner mehr. Mann! Scheiß SSG! Oh, hab ich jetzt gelassen. Juhu! Mir wird das Tod vor mir runtergefallen. Oh, passiert. Mann, ich land immer nur ein Hit und dann ist Schluss. Ich kotze ab hier. Kann jetzt schon wieder einer beim Messer sein? Rastet mir noch aus. Komm ich noch von der SSG wenigstens mal wieder weg. Ach, come on. Come on! Ach, hinten in der Ecke! Luft, ey. Lauerfeuer ist nicht immer die beste Idee. Hehehehe! Hehehehe! Zamo Slice hab ich getasert! Gut, der Mann. Oh, da war der Messer-Mann. Der war Herr da! Der war Herr da! Der kriegt hier nicht. Der war Herr da? Lama-Chun! Okay. Ich fass nicht. Okay, hab doch nicht so sehr reingeschissen wie ich da. Wow. Auf jeden Fall krasses Game. Ja, Lama-Chun, ja. Guck dir das Lama an, ey. Mhm. Mhm. Okay, ich geh raus. Ach Gott. Ja. Das machen meine Nerven auch nicht mehr mit. Ja, ne? Das hält man im Kopf nicht mehr aus, so was. Also, okay. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Haben hier auf jeden Fall gerade zum Ende echt viel buntes Potpourri an Chaos gehabt. Aber wir hatten Freude, Spaß. Vor allem, dass sie wieder hardcore begeistert. Lama-Chun! Also, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wo ist Lama-Chun? Haut rein! Immer hinter euch. Macht's gut.